Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Thief Es ist jetzt mal so viel hier stehen geblieben Wir machen uns mal weiter auf dem Weg zur Kathedrale Hoffentlich sieht mich jetzt hier keiner, wenn ich hier hochgehe Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Ja, das ist eine sehr gute Frage Hoch, 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 sehr schön Was haben wir denn hier Feines? Dann knacken wir das Schloss Eins So, haben wir Hier sollte keiner vorbeikommen Oh, die ist Fallengesichert Ah, das ist schon die Falle zum Deaktivieren Sehr schön Ich bin wirklich nicht besonders Ein bisschen auslösen wäre jetzt ganz hilfreich Was haben wir denn hier? Eine Leuchtbombe Und ein Breitkopf voll Ah, okay Nicht das, was ich mir eigentlich erhofft habe Aber nun gut Ein Königreich für einen Kaffee Ich muss ja wohl hier hoch, wa? Ach, ich muss ja auch hier hoch Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Ich hab Hunger. Ja, Junge, da würde ich ja was essen an deiner Stelle. Wenn du hungrig bist. Hoffentlich ist das nicht die Schwermord. Wollen wir es hoffen, ne? So, mal kurz den Weg abpassen. Ich bin so müde. Oh, das sind zwei. Drei. Oh, das ist nicht gut. Ach, du. Diese verdammte Stadt. Ich hab ein Wasserfall mehr. Ja, nein. Ich glaube, ich hab grad jemanden gesehen. Hoffentlich Gauke, ich schwimme und ich trug Bilder vor. Oh Mann, was mach ich denn jetzt? Ich muss wachsam bleiben. Okay, ich hab einen Breitkopf vorher. Ich muss wachsam bleiben. Aber wie hilft er mir jetzt weiter? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das gefällt mir auch gerade nicht. Okay, dann ist das frei. Ich wette, er beobachtet mich gerade. So, er geht nochmal zurück. Ja, ich beobachte dich gerade. Das ist verdammt recht. Nächstes Mal sehe ich noch genauer hin. Ja, dann tu das. Dann gehe ich jetzt hier rüber. Dann gehe ich nicht da rüber. Nein, das war scheiße. Ich brauche eine Pause. Oh Mann, wieso kommt der denn jetzt wieder? Okay, einer muss hier unbedingt raus. Einer mindestens. Zeig dich mal, mein Kleiner. Hoffentlich macht jemand Ärger. Ja, da muss ich rein. Dann weise ich ihn zurecht. Tust du das? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich muss da rein. Oh, eine Wasserpfeile. So, jetzt. Jetzt noch nie. Oh, ich habe kein... Oh, oh. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Ja, ich muss hier noch eine geben können im Dunkeln, oder nicht? Oh, wie sieht ihr das? Ja, ich versuche das jetzt. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Oh, ich habe gedacht, das sieht der. Okay, er muss unbedingt hier weg. Oder wer muss jetzt unbedingt hier weg? Oh, ich glaube, er muss weg. Wir alten Götter haben nie solche Wunder gewirkt. Ach, ja, da ist ja noch Gold, was ich mit ihm kann. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Hä? Hat sich da gerade etwas bewegt? Nein, 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 nein. Komm in den Korn. Die Nacht dauert ewig. Ja. Wollen wir es hoffen, ne? So. Okay, lass mal hier was versuchen. So, er muss weg. Ey, ich habe kein Steuerkreuz. Was ist das? Ich kann nicht zählen. Oh, Mann, wie mache ich das denn jetzt? Okay, ich versuche was anderes. Heute werde ich mich beweisen. Ja, speichern. Ja, ich mache jetzt mal hier ein bisschen noch Feigling. Das muss ich jetzt sagen, ich habe keine Rolle. So, hinter mir, Gerrit. Ach, Gerrit. Ach, Gerrit, doch nicht so, Gerrit. Ach, nicht so. Ja, der Plan war, ihn umzunocken. Dann ist es hier ein bisschen dunkler und ich habe... ...bisschen mehr Spielraum. Nein. Mist, was eigentlich hätte funktionieren können. Was machst du denn jetzt? So, hinterher, 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 hinterher. Ja, das ist doch nicht der... ...ich kann klappen, was ich jetzt vorhaben. ...undgläubiger. Nee. Du kannst mich noch nicht gesehen haben, oder? Mal warten, was passiert. Finde ihn, Bruder. Ich bin bereit. Falls hier jemand war, müsste jetzt weg. Wir dürfen heute Nacht niemanden durchlassen. Wo seid ihr denn jetzt alle? Ach, er kommt wieder. Ah, er kommt wieder, das ist gut. Oh, Bruder, das funktioniert. Was vorbekommen, das funktioniert. Nicht so kurz vor der Dämmerung. Ja, komm. Komm. Jawohl. Sehr schön. Ja, ja, Bruder, du bist hier gerade so ein bisschen ungünstig. Deshalb, schönen Flug. So, das haben wir auch. Wenn ich ihn finde. Willkommst du einen Fall in den Kopf. So, freie Bahn. Aber meine Ausrüstung geht nicht. Ich hab keine, gar nichts mehr hier, ne? Da noch Leuchtbombe. Seilfeil, jetzt sieben stumpfe Pfeile. Und Feuerfeil. Und zwei Ersteckungspfeile, okay. Was haben wir denn hier schönes? Wird doch gerade irgendwas geleuchtet, ach da. Sonst nichts mehr? Was ist denn hier oben? Oder kann ich da gar nicht hoch? Das ist ein Schrank. Okay. Mal kurz reingehen. Mal wieder rausgehen. So, weit so gut. Jetzt haben wir den hier gefallen. Hier ist gerade nichts, oder was? Obwohl, ich will da mal nach oben. Das ist bestimmt irgendwas. Das ist ein Schrank-Megarador. Oh, nein. Nicht für den Seilfall. Ganz im Ernst. Das rettiert sich nicht. Ich hab schon so wenige. Ja, lass mir das lieber. Die Katakombenkammer. Okay, wir lassen mal hier gucken, was hier ist. Ach, da komm ich nicht hoch. Okay, weiter geht's. Was ist mit ihnen passiert? Bruder, sprich mal zu mir. Was ist hier los? Ich kann da durch. Und ich kann hier durch. So, zehn Gold. Nehmen wir auch gerne mit. Katakombenpassagen. Okay. Genau wie in der Heilanstalt. Die Urkraft hat sie verändert. Aaron hat sie verändert. Ich muss Orion schnellstens aufhalten. Ich versuche die einfach zu umgehen. Das ist das Einfachste. Oder haben die da irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ne, das sieht nicht so aus. Alles so weiter. Ist das eine Tür da? Mal gucken, was das Ganze mal an. Falls Gabriel nicht stirbt. Oh, das klappt, was ich vorhabe. Was ist denn hier? Ah, ein Ring. Gar nichts. Er wird nicht sterben. Danke. Aber ich muss ein Seifel opfern. Ich will ja schon kommen. Woher kommst du da rüber? Ohne zu sterben. Schließlich. Ach nein, kommt er nicht. Ich will ja schon kommen. Er schafft das nicht. Oder gibt es auch irgendwie einen anderen Weg? Ja, da durch. Ja, da will ich nicht durch. Oh Mann, ich habe schon zu wenig Seifel. Mann. Okay, da müssen wir. Ich habe keine andere Wahl. Scheiße. So, dann da drin. Schloss knacken. Hoffentlich ist da wieder Seilfeil drin. Ah, fallen gesichert. Äh, ja. Es freut mich, dass die fallen gesichert ist. Oh, nee, die ist noch nicht fallen gesichert. Moment, doch sonst. Hä? Och. Nein. Ey, die war noch nicht fallen gesichert. Ey, ich habe jetzt zumindest nichts gesehen. Okay. So dann hier hin, da rüber, ist irgendwas zum deaktivieren, nein, wie deaktiviere ich das denn? So, der muss doch hier irgendwo, irgendwo, ach da, was ich jetzt nicht gesehen habe, am ersten Mal. So, da ist ja nichts drin, was ich wirklich gebrochen kann. So, da ist ja nichts drin, was haben wir denn da? Bronzkopf Armreif, dieser Armreif gehört Lady Rochelle, deren Gatte das erste bekannte Opfer der großen Seuche war. So, weiter geht's. Okay, ich weiß schon, wie's weitergeht's. So, hier hoch, 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 hoch. So, und jetzt muss ich aufpassen. Und nicht zu knapp. Jetzt mal die Freundlichkeit, bitte dich da von diesem Platz zu entfernen. Ja, genau. Ja, genau so. Und jetzt gehst du bitte schnurrstags gerade uns. Ja, das ist schon mal gut. Was machst du denn jetzt? Okay, hoch, 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 hoch. Guck ich jetzt da rein? Okay. Ach, ich muss das drehen. Nein! Komm, Garret, schneller, Garret, schneller, Garret, schneller, Garret, schneller, Garret. Komm, das reicht. Weg. Kann ich das Tor bitte zugehen? Gut. Oh, danke. Oh, danke. Pfff. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Oh, ich hab's geahnt. Das heißt, da oben ist irgendwas. Irgendwie abdrehen, zudrehen. Ja, kann ich. So, jetzt. Perfekt. Sehr schön. Das heißt, das müsste jetzt auch deaktiviert sein. Soll es jetzt für eine Schriftrolle? Nee, nicht. Okay, da ist, glaube ich, gar nichts. Okay, ich kann da noch weiter hoch. Boah, das war jetzt auf der anderen Seite. Hoch. Ah, da ist hier noch was. Also, dann geht's hier nicht mehr weiter, ne? Nee. Teilt ab. Okay, dann... Da hin, wo wir hin sollen. Hier ein Ungläubigen. Aber ganz langsam nach oben, Garrett. Nicht so schnell. Komme ich denn da hin, sag mal. Ups. Ach, hier nach oben. Dann da noch mal. Dann einmal springen, oder was? Ja, sieht so aus. Aber hier spart ich mal kurz. Aber ich weiß ja nie, Garrett und seine Sprünkenkünste sind. In der Stadt wimmelt es von Ungläubig. Legendär. Hier hoch. Hi, Jungs. Hat sich da gerade was bewegt? Hinter dem Tor. Sicher diese verfluchten Kreaturen. So weit oben habe ich sie noch nie gesehen. Bis jetzt. Denkst du, Orion könnte vielleicht sogar sie retten? Was? Für die gibt es keine Rettung mehr. Du hast gesehen, das Tor hält. Lass uns zurückgehen. Ich muss mehr schlafen. Es muss schön sein, hier bei Toni zu schieben. Ich habe keine Angst. Mit den ganzen Kreaturen hier. Mit dem Segen fürchte ich gar nichts. Ich habe in Greystone einen dieser Wachbastarde erledigt. Aber diese Dinge, ich weiß nicht. Wo denkst du, kamen sie her? Aus dem Boden? Oder doch aus dem Meer? Meinem Brumschädel nach sind sie meinen Albträumen entsprungen. Und aus meinem Kopf gekrochen. Natürlich, die kommen aus dem Meer. Was auch sonst? Okay, ich muss jetzt hier runter, wa? Ich bin froh, wie das alles vorbei ist. Ja, nicht nur du. So. Wie geht es denn jetzt hier weiter? Es wird spät. Ich bin nicht gerade ganz gut aufgestellt. Das bedeutet, einer muss gehen. Am besten beide. Die Frage ist nur, wie? Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Ja, das war schlecht von mir. Du siehst mich hier nicht. Das wäre doch der Hammer gewesen. Geil. Mist. Das war ein richtig blöder Move. Das ist jetzt perfekt, wenn einer hier runterkommen würde. So, ich bin jetzt mal hier im Schatten, so halbwegs zumindest. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Problem ist, er hat eine Fackel. Äh, Junge, was mache ich denn jetzt? Schläft der eine da eigentlich? Die Straßen sind nicht mehr sicher. So heißt, nur einer müsste wirklich hier gehen. Wo ist er denn jetzt? Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Mal hier hin. Ja, dann müsste das funktionieren, was ich jetzt vorhabe. Glaub an das Fleisch. Karroschang, ja? Ah, ja, du bist ja auch wieder so ungünstig, mein kleiner Freund. Das werden wir gleich ändern. Guck mal, ein schöner dunkler Platz. Ah, ja, ich muss jetzt speichern, wir weiß ja nie. Gut, so, einer ist wieder weg. Hey, er schläft da gerade. Na, schlafen wir in der Arbeitszeit, na, ich weiß ja nicht. Da sollte bestraft werden. Gut, kannst du ihn irgendwie hauen, so? Achso, ja, ich muss schlafen, natürlich. Ah, schlafen wir in der Arbeitszeit, na, na, das geht so nicht. Das kann ich nicht verantworten. So. Glaub, das machen wir jetzt auch nicht. Wir gehen hier rein. Speichern, das Ganze. Und wenden die Folge für heute. Würde ich mal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Tschüss.